Und direkt geht's weiter! Direkt geht's weiter in der wilden Kailai hier! Ich kann den nicht aufhalten. Ist das der Ziegengeist? Na gut. Erledigt! So, hier haben wir alles. Ganz schön anstrengend. Ach komm! Vielleicht mit dir. Ah! Was ist das denn hier? Oh, ich bin der Boss. Und sie sagen, Romance ist tot. Oh! 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 Dann haben wir 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reden können wir später noch mit dem. So, und wie in jeder Folge, einmal den Stuhl nach oben, bitte. Dankeschön. So, auf geht's. Hier gibt es auf jeden Fall ein neues unbekanntes Monster. Hier unten sind auch nochmal zwei neue. Bin sehr gespannt. Das ist ja gut für die... Oh, was ist mit dir los? Okay, die Geister gehen mir auf den Sack. Ey, die kleinen Gargoyles kriegen auf jeden Fall immer Geist. Ja, ja, ja. Mann, 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 was für ein schlechter Anfangen? Oh, da bin ich gleich... Lohnkarte, okay, das muss ich auch in den Stellen stellen. Das lohnt sich nicht, oder? Oh Gott. Also, man kann den nicht ausweichen, oder? Oh, ich kann mal... Oh, ich kann mal... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ich sag dazu nix mehr. Okay, die haben sich jetzt gegenseitig alle gemacht? Nee. Okay, die haben sich jetzt nicht mehr gemacht. Okay, ich finde es geht ganz schön ab. Ich habe nicht immer den Überblick tatsächlich. XP-Karte. Was haben wir denn jetzt hier? XP-Boost. Nicht schlecht. Ey, die Dinger sind echt nervig. Ich habe noch nicht alles gesehen, noch nicht alles geschafft, noch nicht alles eingesammelt. Was ist denn das? Was habe ich denn noch nicht eingesammelt? Das hier ist auch noch nicht. Ach, da ist noch einer. Guck mal. So, du kleine Schnitzel. Okay. Sehr gut. Levels of Lord verlassen. Ah, es geht noch weiter. Guck mal an. Also hier gibt es noch einen neuen Charakter und hier noch zwei. Ich finde es interessant, dass der die Bosse nicht vorstellt. Ich finde es interessant, dass der Bosse nicht vorstellt ist. Da kann ich noch so schnell klicken. Das macht nichts. So, wir haben die Überblick. Jetzt haben wir noch einen neuen Charakter. Ich gehe jetzt auf dieses Video. Wir gehen jetzt hier auf. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Oh, 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 oh. noch eine spielkarte ich höre gleich auf weg mit dir Das war's. Geht mal raus. Würde er es überleben, man weiß es nicht. Ach, weil das Amulett getroffen ist, da muss man ein bisschen aufpassen. Das war jetzt eine schwierige Geburt. Ich hoffe, hier haben wir alles. Ja, der Weg ist auf jeden Fall golden, also haben wir hier schon mal alles. Hier haben wir ja theoretisch auch alles. Hier unten lief noch einer rum. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der herkommt. Okay, der weiß es auch nicht so ganz genau. Und hier müssen wir noch lang. Das ist mitunter echt schwierig. Oh, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und hier gelegentlich einfach mal Mech machen. Oh, das ist schon mal. Das ist ein Eisstäbe. Es ist schon ein bisschen ruckelig. Ihr seht das wahrscheinlich auch. Es ist halt nicht sehr hilfreich so zwischendurch. Ich meine, es sind sehr viele Effekte hier. Und hier ist es schon mal. Oh, Feuer du Diggy. Du hörst mal auch dazu werfen. Oh scheiße, ich hab den Fall schon. Die meisten haben mein Herz verloren. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 14.000? Kann das sein? Kakaohäpfchen. Oh, wie finde ich die 3 hier diesen, ich weiß nicht was ist, schwerer Schlag, Raserei, finde ich richtig gut. Pfeil, äh, Fernkampfziege. Pfeil, 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 Pfeil. So, ich muss nicht mehr das, ich muss mich anziehen. Ich bin der Fall von der Fall, ich bin der Fall von 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 der Fall ist. Aber das habe ich nicht gesagt, was ich bin der Fall von der Fall ist. Okay. Also mittlerweile haben wir richtig viele. Viel von allem. Wir haben aber noch ein bisschen was vergessen. Sarkophag, 45 Gold, leicht abgenutzte Münze. Naja, das wollen wir natürlich nicht liegen lassen. Ding, 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 ding. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, letztes, letztes Loot-Ding ist hier. Aber wir sind leider gleich schon am Ende. Oh, ich hänge Heist. Okay. Das hier ist auch schön. Wir haben immer alle alle aufgenommen. So, ist das jetzt schon der Ausgang? Ja, das ist der Ausgang. Kann man da jetzt mal noch nicht lang gehen. Hier luken wir mal eben auf. Ja, hier oben muss man auch lang gucken. Sonst vergisst man hier vielleicht was. Ach, schon wieder ein Boss. Komm, lass uns. Mach dich vom Acker. Oh. 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 Es sind so viele Achievements, man weiß es auch mit der Zeit nicht mehr. Oh. 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 Will die eins nicht? Ah, da ist die eins. Ich denke die ganze Zeit, warum will die eins nicht, aber ich habe die eins völlig auf die falsche. Oh. Die sind echt meine Nemesis, sage ich dir, euch, allen Zuschauern, das ist meine Nemesis. Das ist böde, was haben wir da, noch eine Karte, nice, noch eine Karte, nice, was sind das denn, Ehring, gefrieren lassen wird, klingt interessant, müssen wir später genau hinschauen, was der macht, der Ring, in diesem Level gibt es noch Geister. Ok, und jetzt noch, warte mal da unten, kommt da. Es gibt bestimmte Entscheidungen für die ganzen, nein, 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 ok, Level abgeschlossen, ok. Ok, etwas close. Ich habe ein Verlangen nach Geschwindigkeit. Ok, wütender Vogel. So, dann gehen wir jetzt hier in die Stadt, machen an der Stelle Schluss für heute und hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euch, eine gute Zeit, tschüsschen. Tschüsschen. Auf Wiedersehen.